hallo zusammen hier bin ich wieder mal rock zurück mit einem kurzen video wieder mal ich weiß gar nicht wie man es nennt vielleicht ein kurzes video tagebuch oder ein kurzes lebenszeichen ja das jahr 2021 ist nahezu vorbei und ich habe es geschafft wirklich jede woche ein video zu veröffentlichen zeitweise war es ganz schön stressig aber in summe hat es eigentlich riesig spaß gemacht und mein plan für 2022 sieht so aus dass ich gerne mehr zeit in die videobearbeitung reinstecken möchte und auch generell schon ins filmen der videos das ganze verbunden mit mehr geschichte dahinter bzw einfach mit sprache um das ganze auch qualitativ voranzubringen habe ich mir neues kamera equipment gekauft und ja muss mich da erstmal ein bisschen rein arbeiten dieses projekt wird denke ich mal anfang 2022 starten und ja schreibt mir mal vielleicht in die kommentare was ihr von diesem plan hält wenn ich das ganze mehr mit stimme auch verbinde bzw irgendwie mehr story in die videos reinbringen was ihr davon hält würde mich interessieren ob das überhaupt euch ankommt oder ob euch nur diese kurzen zusammenschnitte meiner arbeiten besser gefallen auch habe ich ein paar lernvideos wieder geplant mehr dazu aber im kommenden video und bevor ich es vergesse das ganze macht natürlich auch noch mehr spaß wenn man auch eine größere reichweite hat also zum beispiel mehr abonnenten beziehungsweise zu sehr bekommen also helft mir den kanal wachsen zu lassen legt das video kommentiert und subscribe my channel also ich danke euch bis bald euer rox abonnenten